Hallo, wir sind Johanna, Marita und Florian und begleiten euch im Zeitschiff-MOOC Digital in Gesterns Zukunft. Wir stellen euch in diesem Video die zentralen Inhalte der insgesamt sechs Lektionen vor. Wir sind Teil von Zeitschiff, das sich aus drei Hauptpartnern zusammensetzt. Der Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann, der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol und EURAC Research, Institut für Eingewandte Sprachforschung. Wir haben diesen MOOC für euch erstellt und freuen uns, dass wir euch dazu begrüßen dürfen. Im Zeitschiff-MOOC möchten wir euch dazu einladen, online verfügbare Zeitungen aus Nord-, Ost- und Südtirol von vor circa 100 Jahren aktiv zu nutzen. Zentral geht es um die Formulierung einer Fragestellung zu einem geisteswissenschaftlichen Thema und um die Nutzung der historischen Zeitungstexte als Quellen für wissenschaftliches Arbeiten. Neugierig geworden? Dann schauen wir uns jetzt den Ablauf im Zeitschiff-MOOC genauer an. Was erwartet euch in den insgesamt sechs Lektionen? Lektion 1 bietet eine allgemeine Einführung in das Thema Digitalisierung von Zeitungen und gibt einen Überblick zum MOOC und zum Projekt Zeitschiff. In Lektion 2 wird erklärt, wie ihr beim Erarbeiten einer Fragestellung vorgehen könnt. Vor allem geht es darum, ein konkretes Interesse an einem Thema zu formulieren und dieses mit Hilfe von Sekundärliteratur und der Recherche in den Quellen einzugrenzen und zu präzisieren. Dafür bekommt ihr Input zu insgesamt vier Themenschwerpunkten, wie zum Beispiel zur Impfdebatte in den 1920er Jahren im Raum Tirol. Ein Einblick in die Prozesse der Digitalisierung erwartet euch in Lektion 3. Wir verfolgen den Weg der physischen Zeitung in eine digital und online verfügbare Ressource. Dabei lernt ihr die einzelnen Schritte im Digitalisierungsprozess, wie das Kennen der Zeitungen und die Texterkennung mit dem OCR-Verfahren kennen. Außerdem sehen wir uns die Frakturschrift an und üben das Lesen in den alten Zeitungstexten. Zur Recherche in den Zeitungstexten schauen wir uns in Lektion 4 die Navigation in den Webportalen der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol und der Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann an. Hier lernt ihr, wie ihr in den Zeitungen nach relevanten Begriffen sucht und wie ihr aus den Zeitungstexten zitieren könnt. Habt ihr Artikel zu eurem Thema gefunden, werden diese als Quellen ausgewertet und befragt. Dafür lernt ihr die Grundzüge der Quellenkritik und der Quelleninterpretation kennen und lernt, wichtige Kernaussagen zusammenzufassen. So kommt ihr zu den zentralen Erkenntnissen, um eure Fragestellung auf Basis der Quellen zu beantworten. In Lektion 5 lernt ihr, was ihr bei der Arbeit mit historischen Zeitungen als Quellen beachten müsst. Außerdem sehen wir uns an, wie ihr die Recherche strukturieren, Erkenntnisse herausfiltern und die Ergebnisse der Recherche zusammenfassen könnt. Als Ausblick stellen wir euch Aspekte der digitalen Geisteswissenschaften vor. Lektion 6 soll vermitteln, welche spannenden Anwendungen mit den Methoden der Digital Humanities möglich sind. Unter anderem geht es um die Auszeichnung von Named Entities und die Vergabe von Geodaten. Werden die Texte linguistisch aufbereitet, können Softwareanwendungen Visualisierungen in Form von thematischen Landkarten erstellen. In den einzelnen Modulen stellen wir euch unterschiedliche Lernmaterialien zur Verfügung. Der Zeitshift MOOC enthält Videos mit Expertinnen-Interviews, Screencasts mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und weiteres informative Videos, die Einblicke zu Themen wie der Konzeption einer Forschungsfrage und der Erarbeitung der Ergebnisse geben. Es erwarten euch auch Tutorials zur Navigation in den Webportalen und zusätzliche Lernmaterialien in Textform, die dir dabei helfen, dein Wissen zu den einzelnen Themengebieten zu vertiefen. In den konkreten Aufgabenstellungen und Quizfragen kannst du dein neu gewonnenes Wissen direkt anwenden. Spannend ist der Zeitshift MOOC deshalb, weil wir den Mehrwert der digital verfügbaren Quelle kennenlernen im Gegensatz zur physischen Textquelle. Wir verfolgen den Weg der physischen Zeitungstexte in maschinell durchsuchbare digitale Ressourcen und erfahren dabei die Vorteile der Digitalisierung. Wir sehen, wo uns automatisierte Prozesse wie die Volltextsuche in digital erfassten Texten helfen, unsere Recherche differenzierter und zielgerichteter durchzuführen. Und wir lernen weiterführende Methoden in den digitalen Geisteswissenschaften kennen, die über die reine Durchsuchbarkeit der Texte hinausgehen. So geht es auch darum, wie uns die computergestützte Abfrage der digitalisierten Zeitungen Möglichkeiten von Visualisierungen und ähnliches bietet. Drangeblieben? Dann folgt jetzt ein Interview mit Johannes Andresen, dem Leiter des Zeitshift-Projekts. Hier erfährst du mehr darüber, warum wir uns mit Zeitungen beschäftigen und was diese historische Quelle so besonders macht. k